Ich erkläre dir im Folgenden die Anatomie eines Zahnes. So ein Zahn besteht im Wesentlichen in der Hauptmasse aus dem Material, das wir Dentin nennen. Das Dentin, das sogenannte Zahnbein, ist alles dieses, was hier schraffiert, dargestellt ist. Die Wurzeln des Zahns bestehen daraus. Der Unterbau der Zahnkrone besteht daraus und das stellt die Hauptmasse des Zahnes dar. Dann ist der Zahn umgeben von einer Schutzhülle. Das ist der Zahnschmelz. Das ist die Substanz, die wir sehen. Wenn jemand uns anlacht und wir gucken uns die Zähne an, dann ist das genau der Zahnschmelz. Der Zahnschmelz ist an und für sich näherungsweise durchsichtig. Er ist brutal hart. Es ist eine der härtesten Substanzen, die wir am Körper haben. Er ist bakteriendicht und er kann sehr schön sein. Im Zahn befindet sich eine Höhle. Das ist hier grün dargestellt. In dieser Höhle lebt der Zahnnerv. Das ist die sogenannte Pulpa, die Nervhöhle. Und sie ist durchblutet. Es gehen Blutgefäße aus dem Knochen in die Zahnwurzel hinein und gehen auch aus dieser Zahnwurzel wieder hinaus. Dadurch hat der Zahn ein Durchblutungssystem und hat im Inneren eine lebendige Struktur, ein Immunsystem. Um den Zahn drum herum ist Knochen. Hier dargestellt und Zahnfleisch. Das nennt man Zahnhalteapparat, das zahnumgebende Gewebe. Das ist im Wesentlichen der Aufbau eines Zahnes. Untertitelung des Zahnweissers. 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 Vielen Dank.